Das Promenade City Hotel liegt in Budapest in Budapest Region. Das Promenade City Hotel ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 13 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,2 von 6 Sonnen. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 13 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Eine bessere Lage für ein Hotel kann es nicht geben, so sehen es die Gäste des Hotels und bewerten den Standort mit 5,8 von 6 Sonnen. Service Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,3 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5,2 von 6 Sonnen. Zimmer Mit 5,2 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Gastronomie Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den kulinarischen Angeboten des Hotel und vergeben 4,7 Sonnen von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.